Die war schon vorher eine. Die war schon vorher eine. Das hat die irgendwie schon vorher gefunden. Leute, sollen wir die Skeleton heute vielleicht machen noch? Ja, natürlich. Ich glaube, wir haben das LP in vier Tagen durch oder so, wenn wir so weitermachen. Oh, ich bin noch genug zu machen. Hast schon den Dschungel vergessen? Stimmt, genau, den Dschungel. Der Dschungel ist mies. Ah, und dann krieg ich ja mal einen Wachstumel. Dann krieg ich ja mal einen Wachstumel. Ich hab ihn schon gefunden. Ich hab ihn schon gefunden. Was denn? Und die haben extrem gespoilert. Hä? Und die haben extrem gespoilert. Warum das denn jetzt? Jungle? Ich hab nur gesagt, welcome to the jungle. Leute, ich brauch unbedingt ne, hier, wie heißt es? Grappling Hook, weil ich hab keinen mehr. Hä? Der ist irgendwie verschwunden. Ich hab wieder da gewesen und dann war der Server restarted und dann hab ich keinen mehr. Wahrscheinlich hab ich ihn, hab ich kurz davor auf Q gedrückt und den, äh, Grappling Hook weggeworfen, genau. Und ich frag mich mal, wie tief seid ihr denn eigentlich, hier zwei? Wow, was? Äh, guck doch mal, ich muss mich aber mehr an. Wasser und Wasser und Lava? What the hell? Ich ertrinke hier. In Lava. Nein, in Wasser. Das war, Inko, hör auf, meine Applausung. Ah, das Skelett hat mich in den Mauer geschubst und ist dann sehr gespürt. Grapp, der Puff ist tolle. Spatterloch durchs Wasser, genau. Ich will das Wasser hier unten abfließen lassen, aber mir hilft ja keiner. Ich bin ja schon auf dem Weg. Retten, selbst retten. Hier ist, hier, Grapp, hier ist Silber. Ah, ich bin gerade nicht an den Rohstoffen interessiert, ich will einfach nur runterkommen. Ja, ich bin schon an den Rohstoffen interessiert, ich möchte dieses Silber haben. Jedes Silber steht für einen Videoview. Nord. Genau. Nichtig. Silber, Silber, Silber. Ah, komm schon. La, 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 la. Sie sind nicht tot. Grapp, hier ist Gold. Gold weiß. Gold sollte man aber schon mitnehmen. Ich brauche noch genug Goldmünzen, verdammte Kacke. Wofür denn, für den Mini-Shark? Ja, die werde ich unbedingt haben, weil ich habe ja jetzt genug Schüsse gemacht. Meteor-Shots. Ja. Boom, come show, äh, Headshot. Äh, nur eine Frage, wo ist denn der Demon-Alter? Ich würde mal gerne das Auge beschwören. Weiß es Nacht ist. Warum lag das gerade? Wow, es hat gerade derbe gelaggt. Ich habe jetzt 23 Goldmünzen. Scheiße, ich brauche Breath, ich brauche Breath, brauche Breath of Fire. Scheiße, ich bin gleich tot. Oh, komm, ich sterb, sterb, sterb. Wer ist dafür, dass wir jetzt Skeletron versuchen? Also, ich wäre dafür, weil ich gerade nicht umgehe. Ramon, bei mir stehst du die ganze Zeit unter Wasser und haust mit deiner Spitzhacke gegen die Wand. Ich weiß, weil ich das auch getan habe. Du stehst immer noch hier und haust mit deiner Spitzhacke gegen die Wand bei mir. Lol, dann solltest du mal disconnecten. Okay, sollen wir Skeletron probieren? Wir müssen erstmal dorthin gehen. Ja, der ist ja nicht weit weg. Äh, Leute, aber wir brauchen vorher nämlich noch was. Am allerbesten geht er mit Bolo Hurt oder mit, äh, Blue Moon. Hat jemand Blue Moon und jeder hat Bolo Hurt? Nein, ich hab mein Sternschwert, aber für mein Sternschwert bräuchte ich, könnte ich die Skeletron mal nach draußen locken, damit ich den Sternschwert dann auch mal treffen kann. Jo. Wegen mehr Damage und so. Okay, Leute, ich renne dann schon mal hin. Habt ihr genug Tränke? Ich hab 24, das sollte rausgehen. Mehr als genug. Rife, komm mit. Den Skeletron wollten wir zusammen machen und und Haku, du auch mitkommen. Hallo? Ja, Moment. Everybody there? Hallo? Das kam wohl in 6. Das war gerade aus Final Fantasy X geklaut. Du willst nicht wissen, wie viel das Skeletor ich hier gerade kill? Oh mein Gott, wieder ein Loch in der Welt, ich könnte kotzen. Ich hab bestimmt 11 oder 12 Skeletor auf einmal umgeflasht. Oh wow, das ist nicht ein Disconnection. Ich hab'l noch nicht. La 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 la, tro lo lo, papa. Heils Maul. Erdnüsse! Coca-Cola, die leer ist. Billigmaus zum Hose spielen. Was hab ich noch? Ein Apfel. Om nom nom. Endlich kann ich wieder vernünftig gehen, weil kein Lärm mehr hier Au, das hat weh getan Was hab ich denn überhaupt noch, was ich zeigen könnte Boah, das kann auch dauern Dein Penis Gamepad Äh Gamepad Weil analog steht's Knack, 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 knack Nein, der war Gold Und ich hab's nicht genommen Ähm, wo hab ich das denn? Merkt's immer noch, Brain Nein Sparta-Loch mit Wasser? Wo bin ich denn nicht? Oh, ey Auf zu nerven, wir Verdammten Bieters Brain, still, knack, knack Ah, jetzt geht's Ja Ähm Ja Wie soll ich da hochkommen? Leute, holt euch mal am besten die Nomid mit Damit können wir dem extrem viel Schaden machen, diesem Ding da Leute, ich hab ein Problem Ich auch Aber und mal, Leute Leute, wir haben Shadow State Shadow Scales Und habt ihr auch Cobwebs, also Äh, du brauchst bauen und Cobwebs Ach, damn it Ich dachte, Shadow Scales und Cobwebs Und der Wofür denn? Daraufhin können wir uns eine neue Rüstungsart machen Die aber saugt Die aber saugt Wo ich will sie machen Finde ich nicht Ach, bin ich doof? Ich vergesse immer, dass ich den Anchor Enterhaken habe Boah Ich hab keinen Also Leute, kann mir jemand Hook mitbringen oder hat jemand hier, äh, Hook? Ah Du hast mir eben eingegeben, den hab ich verbaut Rati, hast du Hook? Rati, hast du Hook? Dann sammeln wir uns dann schon mal hier, damit wir Skeletron probieren können Ich warte nur auf euch Ich versuche gerade überhaupt zu Ingo zu kommen Ich versuche hier nicht Ich bin hier ein tiefes Loch runtergefallen Okay, also ich würde mal sagen Ach, verdammt, ich brauche meinen Enterhaken Ohne Enterhaken schaffe ich das nicht Gryph, lass mal gerade noch ein paar Skeletze töten gehen Ähm, Utaku? Dann eben nicht, Gryph Kannst du mir ein paar Tränke mitbringen, wenn's möglich ist? Ich bin gerade unter der Erde Achso, ich meine, wenn du wieder stirbst und noch hochkommst Ja! Utaku, kannst du Hook suchen, bitte? Für jeden? Ich frag nur, wer nicht Für jeden, wo du Scheiße, der das braucht Nein, Rati, brauche auch noch einen Ja gut, ich kill mal ein paar Skelette Auch wenn's bei mir immer so leckt, dass ich kein einziges Monster besiegen kann Ich verliere selbst gegen Steine Steine Ach, Schleime, nicht Steine Ich dachte, hier ist so Stein in der Höhle und der tötet dich dann Weil Sand nicht selber stehen, Sand ist overpowered, aber Steine? Ich, ne, ich verstand doch mal Quaif Auf so einer flachen Ebene, wenn du dich zusammen mit dem Enterhaken die ganze Zeit nach vorne ziehst Ja, Enterhaken, Enterhaken, ich hab keins Ich auch nicht Ja, ihr seid alle schlecht Halt die Fresse I way to hell Oh, jetzt kommt ein Wurm It's warm, Les It's useless to resist Ach, du Scheiße, dieser Scheiß-Zwurm Verpiss dich Ich hab'n lang genug Ähm Genau Ach Genau, das dachte ich mir auch gerade eben What the hell? Was zur Hölle? Ja, Hilfe Was hat das denn, Stars? Äh Rati, lass mal vorher noch mal hier ein Auge suchen What? Also hier so und so und so ein Demon-Altar Ja, der Wie sehr Sicher? Du weißt schon, dass mein Überlebenschutz ziemlich die geringste ist überhaupt Wir schaffen den, dann ziehen wir ihn halt rüber, zudem machen wir es gelten und den gleichzeitig Ich hab' ne Handfeierwaffe Verdammt Scheiß, ich hab'n Problem, ich komm' hier nicht mehr hoch Na toll Geil, muss ich mich hochbauen Hä, roter Stein oder ist das Blut oder was? Oder gibt's roten Stein? Play? Play Ich komme Loll Ah, das ist eine Trobine Mika Was? Ford hat Natürlich noch immer so zwei Regale mit Büchern, ne? Ja Ich hab' gleich Waterboy gekriegt What, wirklich? Kann ich Zauber haben? Ja, gut, das frag ich erst mal Jo Oh, ich bin tot Kann ich haben? Nein Die Neid Weil du immer fragst, kriegst du gar nichts von mir Fuck Das war'n Scherz Weiß was, der alte Mann geht mir auf den Sack, deswegen Bleibst du da Du bleibst da stehen, hab' ich gesagt Alter, Mann Was ist das? Wie das aussieht Wie das aussieht Wie das aussieht Hat er grad den alten Mann eingekesselt, Herbert Am Arsch Ich spiel' Alien vs. Predator mit dem Arsch Hab'nich Hab'nich So Ich hoffe, es gibt nur einen einzigen Co-Option Vault hier So, ich jetzt Nein Also, was steht denn jetzt ab? Wärts hier aufgelassen Rati, es gibt drei Co-Option Vault, hast du nen Hook? Nein, hab'nich Schraub'nich Nicht du, sondern den da Hat der Captain Hook, der Otaku Nein Dann such' welche Ich hab'nich Ich hab'nich Ja Bin ich hier Deine Lorschlampe, oder? Otaku, äh Ich hab dir soviel gegeben Das kostet 9 Ja, ok Das kostet 9 Golddinger, damit ich mir so'n'n'leucht-Tamm kaufen kann Nein, 8 Ach gut Dann, 8 Ne Ein extra, natürlich Ja, Steuern Aber wenn mir jemand'n'leucht-Tamm geben würde, wär' ich viel besser Ach, ihr seid alle soweit weg Äh, lass mal'N'schlamm umleben, ich hab'n'n'Kranke, den ich versuch' mit Den Opa mit dem Schleim killen, oder was? Jo! Geht das überhaupt? Ja, neben, den Opa neben. Warte, warte, warte! Willst du den mit dem Schleim in die Ehe gesperren, oder was? Komm her, komm her! Ja! Komm her! Nochmal, nochmal! Braverschleim! Braverschleim! Ja super, es ist Tag! Da ist ein wildes Rati. Rati, wieviel MP hast du bitte, wenn ich angreifen kannst? Oh, die Idee war gut, oder? Ich hab' Sterne gefarbt. Und da ging's mal ein Regenerationsband. Ich will so'n Leuchtehelm. Sonst sterbe ich. Nur da unten. Oh, noch ne Corruption. Yay! Nein! Scheiße, bitte! Nein! Ich... Ich bin das Sparklandloch runtergefallen. Lalala! Ja! Er hat nicht eventuell irgendjemand mich rufen? Was ist denn... Wo ist Wasser? Da kann ich... Vielleicht überleben. Oder was? Das ist ein Enterhaken. Ja! Das sagt sich so leicht. Oh, Leute! Juhuu! die Wandale Dankeschön was ich bin hier wieder rund oh hier unten ist ein Shadow Orb ähm hallo Notaktivieren ok ich aktiviere den Shadow Orb wir machen das schluss so lange kaputt ne ja wunderschön auf den Schwachsten drauf geknallt boah ich hab nicht das Loch wieder runter fallen und eh Ruhe aber ein Schwachster auch noch und heilig und Schwachstöte also ich hab nicht ich hab ein Band of Starbauer bekommen ah das ist meine Regeneration das wird ja in meiner Regeneration erhöht doch ey rat ich willst es haben weil da noch höhere meine Regeneration wär doch cool ja wär nicht schlecht aber was ich hab die Corruption Area ja die saugt so richtig aber Leute ich würd sagen die Corruption Area hast du jetzt demnächst mal bis dann Leute tschau tschau